Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Heute befinde ich mich in der Nähe von Bad Belzig, direkt an der A9. Wenn Sie derzeit durch die Getreidebestände gehen, fällt Ihnen vielleicht auf, dass in einigen Beständen noch Unkräuter vorhanden sind. Vor allen Dingen in den spätgesäten Weizenbeständen, die aufgrund des späten Vegetationsbeginns relativ dünn geblieben sind, also nur wenig Triebe pro Quadratmeter gebildet haben, sind derzeit noch viele Sommer und Kräuter vorhanden. Auch besonders nach den Früchten Kartoffeln, Mais oder auch Zuckerrüben finden Sie Disteln, Windenknöterich, Melde, Kamille, aber auch noch Klettenlabkraut. Sie können nun zum Farnblattstadium des Weizens diese Probleme und Kräuter bekämpfen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur noch wenige Herbizide, wie einige Wugstoffe und Siphonulharnstoffe, die eine Zulassung haben. Wenn Sie sich für Wugstoffe entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie mindestens 15 Grad Celsius haben. Was steht sonst derzeit noch an? Vielerorts ist der Tritical im Farnblattstadium. Das ist ein guter Zeitpunkt, um noch einmal eine Nachkürzung durchzuführen. Diese Maßnahme kann auch mit einem oder sollte auch mit einem Fungizid kombiniert werden. Außerdem ist auch Hafer nicht mehr weit ab und es kann ähnlich gefahren werden. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und hoffe, dass wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen. Bis dahin, tschüss!